Ich springe voran. Warte, ich brauche einen Anlauf für ein Zwerg. So. Und runter. So, wir haben alle Blüten. Höhle. Ich habe Gilbior-Kristall gefunden. Oh ja. Hol noch mehr. Oh ne, ist noch ne Band, ne? Jetzt. Ich renne einfach durch, hast du gesehen? Nein, nicht dein Schlag, sondern mein Lauf. Ich hab Freunde. Ich hab Freunde. Endlich mal hast du welche. Was, Freunde? Hallo, nicht ohne mich anfangen. Wie sind Sie in der Skater da grad fliegen gegangen? Weil Balaram fliegen kann. Leider kann ich hier Balaram nicht rufen. Ja, so in der Höhle wäre geil, ne? Das ist ein perfekter MG-Vogel. Der kann alles. Oh, eine Goldader. Du hast schon wieder was gestört. Ja, ich darf ja nicht. Und hier ist noch ne Goldnäger. Goldnäger? Was? Was? Ja, ein Goldnäger hier. Bist du dir ganz sicher wegen, äh, als du den Ork schwarz genannt hast, dass das nichts rassistisches oder sowas hast du mir denn jetzt schon die Goldader Goldnäger nimmst? Ich bin der arische Zwerg, ja? Oh Gott. So, warte mal. Hier haben wir noch Sachen zum Zerstören. Und... Truhe öffnen. Ja. Oh, ne Truhe. Wow, der ist ja noch ein Gegner. Neuer Armbrust. Geht sogar besser. Erhöhtes Abtrennen. Durch ne Armbrust. Oh, da muss ich Geschicklichkeit... Siehst du den jetzt verprügeln da von dem Team? Was? Achso, der verprügelt. Kopfschuss. Ne, ganz ehrlich. Rob, wieso sagst du mir nicht, dass ich auch Geschicklichkeit brauche? Brauchst du Geschicklichkeit? Ja, für Armbrust. Ja, was gehst du auch auf Armbrust? Ich dachte, du willst ja schon mit deinen Äxten kämpfen. Ja, wollte ich ja auch, aber ich will ja auch... Aber ich kann mir keine neuen Armbrusten mehr nehmen. Ja, dann geh halt jetzt die nächsten paar Levels auf Dings. So. Ich sehe von hier aus gerade eine Kiste, wo wir glaube ich gerade nicht immer dran kommen. So einfach. Ja, wir kommen an jede Kiste. Irgendwie. Ja, ich sehe die da. Hm. Ich kann ja mal aufhören zu blocken. Kann vielleicht irgendwer von hinten drauf bauen? Nein, 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 nein. Nein, nein, der kann locker Reifen von vorne ablocken. Ist ja hier. Fuck logic. Ähm. BILARAM! 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 Ich darf nur nicht. BILARAM! Ich bin ein Zwerg, warum stehe ich eigentlich hier hinten wie ne Pussy? Waaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ja, ich schieße mit meiner Laserkanone drauf. Ich gebe mir die ganze Zeit Headshots. Boom. Headshot. Huh. Scheiße, schon wieder keine Pfeile, das darf doch nicht wahr sein. Ja, wenn du die ganze Zeit Headshots gibst, dann... Geh lieber. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Ja, mein Gott. Man kann ja mal welche verlieren hier, so... Ich hab Berghonig gefunden. Ich auch. Da werde ich einen super tollen Meht draus brauchen. Ja, Meht. Kannst ja beim nächsten Treffen mal mitbringen. Genau. Ja, ins Undicht fahren nochmal, ne? Hast du, äh, wie heißt das, WhatsApp-Gruppe schon gesehen, Tenji? Hm, nein. Dieses Wochenende. Wieder was. Oh, warte mal, hier ist so nach dem Spuren des Waldleifers. Habe ich nichts gelesen von. Ja, da muss man auf dein Handy gucken. Echt mal, weißt du... Zombie macht das während der Aufnahme, guckt er auf sein Handy... ...und schmeißt seinen Stift drunter. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Nee, der... Ach, da ist ja noch Loot. Eieieieieieiei. Helft mir, helft mir, helft mir, helft mir. Ich komme angekrochen, dacke. Wir haben noch Feinde zu besiegen. Ja, ich habe keine Heiltränke mehr. Dann sag einfach, was ich kann heilen verflucht. Dann heil mich. Jedes Mal, wenn du down bist. Wie oft habe ich jetzt gesagt, dass ich keine Heiltränke mehr habe? Ja, aber dass du eine Heilung brauchst, der kann ja doch nicht deinen Lebensbalken sehen. Ja, der Ork hat mit zwei Schlägen auch kaputt gemacht. Dein Lebensbalken wird also kaputt gemacht. Guck, wenn ein Troll kommt. Jetzt kipp um, hier! Jetzt kriegt er schon wieder Kruppelanfälle. Oh, den nimmt er immer noch. So, jetzt aber nicht mehr. Nein, Bela, ich mach den fertig. Oh oh, Magier. Was ist das denn? Vielleicht hätte ich da Bela Ram drauf fenzen sollen und nicht auf den K... Bäm, einfach so volle Kanne in seinen Bauch. Hey! Looood! Ja, genau das will ich haben. Dieses Klimpern der Münzen. 8, 3, 3, 8, 8. Ey, du blockierst mich! Und jetzt blockiert mich der Stein! Oh Gott! Komm, sterb! Der ist einfach wegge… Der ist einfach verschwunden. Der ist einfach einfach verschwunden! Ja, und ich prügel selbst auf den noch ewig hin. Geht so. Kommt immer drauf an. Boah, der war der letzte Schiller. Ich bin mir etwas stärker, Fick. Ich habe eine neue Arme, Brust. Oh nö. Kannst du ja mal mit Space... Hallo, Troll. Geschicklich, Troll. Ja, dann komm her, komm her, komm her. Wo ist ein Troll? Da mal raus, komm raus. Ach, da ist ein Troll. Komm. Komm, sag noch mal BelaRum auf dich drauf. Ah ne, Fähigkeiten noch nicht ready. Oh, Kurbschlag hat er da abbekommen. Ist er schon tot? Nein, 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 es wird zu easy. Das braucht noch. BelaRum, go! Wo ist er denn? Ja, da, 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 da. Ah, das wird reichen. Ja, doch, finaler Schlag hatte ich gemacht. Großer Bode. Ich habe auch immer, ich habe ständig finalen Schlag, wenn du es auch sagst. Ich habe finalen Schlag. Ja, dann müssen wir uns entscheiden. Wer hat uns auf den finalen dann gemacht. So, warte mal, ist der neue Punkt? Nein, der ist scheiße. Hey, ist der ein besserer Armschutz? Hm. Aber der hat keine Zusatzeffekte. So, warte mal. Ich habe da irgendwelche langweiligen Schwerter eingesammelt. Das, das, das. Ich kann dir ein Höschen geben, Rob. Ja. Ja, ja. Weißt, der Mainstart macht 19 bis 29 und ein Einhandschwert, was ich hier habe, macht 6 bis 16 bis 94. Ich glaube, man kann so in etwa sagen, was ich etwas untergript bin. Bisschen. Ach. Oh, also, Moment. Are you ready for a party here? Partyharten und so? Ja, gleich. Los, let's get ready to rumble! Hm. Kann ich noch? Nein. Okay. Woop. Nein, du darfst nicht. Egal, was du machen wolltest. Du darfst nicht. Zusammenfassung. Fort. Guck mal hier, bester kritischer Töten hier. Oh, Junge. Acht. War immer nah dran. Und da bin ich wieder in der geilsten Pose überhaupt, während ihr nur so guckt, so, boah, macht der alles alleine hier? Ja, wir gucken, weil du da ausgerutscht bist und dich gerade auf die Fresse legst, während du mit dem Hogen auch im Teufel trutschst. Ich habe da vorher eine Bananenschale in den Ohr erlegt. Und ich habe die Magie dafür gesorgt, dass du da auch drauf trittst. Achso. Und so, ne? Dann könntest du mich dann nicht mehr davor wehren, ne? Kriegt ihr ihn nicht down? Meine armen Brusten machen mittlerweile so wenig Schaden. Boah, ich habe nur noch so wenig Dinger. Er kommt ausgeweicht. Bela-Rahmen kann mit dem Feind kommen. Ah, doch kann er. Siehste, da. Ey, das... Wieso konnte ich das nicht? Mensch. Tja, ich bin halt so gut dafür. Oh nein. Mein Bela-Rahmen kam da nicht hin. Hä? In der Brust? Hä? Was ist los? Hängt der bei euch einfach... Ach, jetzt ist er gestorben. Ja, ich habe es gesehen. Das wird dich hier strecken. Aber... Die müssen doch denken, dass ich die irgendwie am Streicheln bin hier. Oh ja, von der Frau gestreichelt zu werden. Das gefällt doch so Morg. Das gefällt doch so Morg. Schade. Ach, das war wieder ein Goldneger oder so. Oder so... Is 10 Schaden oder so? Ah, da, 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 da. Der redo das Ding, bündelt. Ja, dat, 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 does da, wo es meatballs tut. running. To, do, 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 do. ula 38 Pfeile und ich brauche noch mehr. Aber inzwischen geht's eigentlich mit den Upgrade jetzt mit den erhöhten Töcher. Komm schon etwas besser klar. Bitch Jetzt lernst du einen Dunadan kennen Ja Das will aber kein Dunadan kennen werden Nicht? Das will doch jeder Nein Den Vogel den der spielt Kennst du schon gut genug Was sammelt euch bei den Heilsamen So einfach mal den Kopf abreißen Boah Ein wichtiger Punkt Siehst du da vorne Ich sehe irgendwas großes Das ist ein Hä Das ist doch nur eine einzige Einheit da Ich glaube ein großer Ja dann schwächen wir Meloram Meloram No this is Patrick Oh Das war Nein der Loot Der Loot Was geht mit dem ab? Ich war zuerst auf Meloram Hab ich mal eben den Arm weggerissen Mann Das war der schönen Loot Das ist einfach runtergefallen Das ist einfach runtergefallen Nein ich hab den bekommen den Hut Kult des Liedlosen Auges Hey Hey ich hab grad einen Stab bekommen Warum findest du eigentlich keine Heiltränke mehr? Hä? Was war mit dem abgegangen? Ah ich hab zwei Heiltränke Absache warum find ich keine Heiltränke? Ja hab ich nicht drauf geachtet Wann findest du eigentlich mal wieder so ein schönes Waldläuferversteck? Ich hatte doch grad eins mal Aber wie heißt das Die kann nur ich verwenden Ja sag doch einfach Wieso find ich eigentlich keine Blumen mehr? Ich hab dich ja auf die einen hingewiesen Die ich gesehen habe Lass mich hier unten entlang Ach hier ist ein Waldläuferversteck Kommt mal Ach hier ist noch ne Blume übrigens Wo ist das Waldläuferversteck? Ach ja und Ach ja und Ach ja und Ja Hier ist das Waldläuferversteck Aber das kann nur ich verwenden Ja für deine kleinen Drohungen Deals hier immer Kalt fällt Das ist auch eine Blume Ach was denn hier unten? Ach sogar ein Goldläufer noch Lasst mich das mitnehmen Was kann ich mit dem Gold denn machen? Weiß ich nicht Verkaufen Oder Das werde ich nehmen Das lass ich mir nicht nehmen Ähm Hallo wartet doch jetzt auf mich Wir sind doch am warten oder? Nein Okay wie du meinst Wer wartet denn schon gerne auf dich? Oh ich hab einen sehr geilen Hammer gefunden Ja Hammer time ist jetzt Junge Und jetzt trickst du ihn an deiner Hose Hier ist übrigens auch noch ne Blume Und jetzt Hammer time Stop Hammer time das nach unten gegangen das ist ja nicht ganz normal es ist so ja es ist ja es ist es ist es ist ich bin dabei er sieht es nicht es ist die sich der schreckte jetzt gibt es 1 2 2 hallo rar 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 wir müssen zusammenarbeiten um dies zu überstehen jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen hast du gehört also stirb und kam jetzt abtrennen komm komm ich könnte mein healing vielleicht langsam vertragen ja ich sage die Gegner zerplatzen teilweise einfach wenn ich auf die Schlage obwohl du sie streichelst ja die haben keine Knochen die zerplatzen einfach ja obwohl ich sie streiche du streichelst die mit deinem Schlaf interessant ja ich mache ganze 50 Schaden pro Schlag ja da oben ist noch ein Gegner ja da oben ist noch ein Gegner hast du grad für so ne kleinen Goblin Bela Ram verwendet? ach schon zu viel für Bela Ram mhm mhm der mit seinen MG macht doch sowieso jeden fertig so seine Gruppe versammeln was ist kaputt von mir? heizt mich jetzt ich brauche healing Tenshi noch ne Kuppel ja oder ich hiebe mich so oh ja oh ja mhm das hat irgendwie nicht geholfen noch ne Kuppel komm versammeln hier ich will hier rein sehr gut tseh einfach direkt Anforderungen machen so verkaufen vertreib die Dunkelheit hä? wofür war das jetzt gut? vertreib die Dunkelheit ja ich dachte du brauchst Heal das Heal das Heal? wenn du den Skill castest? ja what the fuck ich dachte das wär so ne das wär so ne Angriffskill dachte ich wäre nein das ist ein Heal Skill sinnlos das ist nicht gemerkt ich weiß nö nicht so direkt ich stehe ja nicht in der Nähe meistens der rennt dann vorn rum dies hat die Kraft zu heilen dies hat die Kraft zu heilen das ist ne Aussage mit der kann ich arbeiten so nochmal noch irgendwas zum gold ganz ganz gold niggats hier niggats nackes was soll die ganze gold niggats verkaufen wieviel Schaden macht eigentlich dein zweihändiges Ding? 300 noch was keine Ahnung naja gut dann kann ich mal jetzt verkaufen weil ich hab eine Scheißnahme ich hab einen heilenden Kuchen ah jetzt musst du alles weg alles weg alles weg alles weg das ist besser jetzt muss ich nur noch 15 Stärke haben dafür muss ich aber Level abkommen hm ja gut jetzt geh ich jetzt auch noch ein paar andere Sachen